Achtsamkeitsübung 3 Gewahrsein üben In den beiden vorangegangenen Übungen, dem Innehalten über die Atmungsbeobachtung und der Übung des Beobachters, ging es darum, zunächst eine Ausgangsstellung einzunehmen und das anzuschauen, was der Geist uns in Ruhe so anbietet. Weil er einfach nicht still sein will, sondern zu Rastlosigkeit neigt. Wenn Anhaftung oder Ablehnung im Spiel sind, dann steigert sich diese Unruhe über ihren Basiswert zu einem Aufgewühltsein. Was wir ja künftig immer als Zeichen erkennen wollen, zu intervenieren über die Achtsamkeitspraxis. Während beim inneren Beobachter einfach alles beobachtet wird, was der Geist uns so anbietet, gehen wir bei der Gewahrseinsübung dazu über, uns den Beobachtungsfokus selbst zu suchen. Wir selbst bestimmen jetzt also, was betrachtet wird und blenden alles andere dabei so gut wie möglich aus. Eine sogenannte Körperreise ist eine Übung, um unser Gewahrsein auf den gegenwärtigen Moment zu richten. Dinge, die uns in der vorherigen Übung des inneren Beobachters vom Geist angeboten wurden, hatten immer etwas mit Vergangenheit oder Zukunft zu tun. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Achtsamkeit. Indem unsere Aufmerksamkeit in einem Entspannungszustand bewusst der Reihe nach auf jeden Bereich des Körpers gelenkt wird, sensibilisieren wir uns für Botschaften aus Teilen unseres Körpers, wie Wärme, Kälte, Tiefenwahrnehmung, Empfindung für die Stellung der Gliedmaßen zueinander und so weiter. In anderen achtsamkeitsbasierten Verfahren wird diese Übung auch Body Scan genannt. In unserem Schmerzkontext können wir diese Übung deutlich kürzer und auch etwas anders gestalten, was der Wirkung aber keinen Abbruch tut. Wenn Sie mit einer formalen Achtsamkeitsübung beginnen, so bietet es sich an, analog zu bewährten Konzepten aus dem Sport vorzugehen, wie zum Beispiel beim klassischen Tanzunterricht. Wir nehmen die Ausgangsstellung ein, äußerlich. Durch Einnehmen einer nennen wir es würdevollen Entspannungspose, die den Körper ruhig verharren lässt, in einer bequemen Stellung, die andererseits nicht so bequem ist, dass sie schläfrig werden. Die Augen dürfen dabei offen oder geschlossen sein, ganz wie sie das können und wollen. Innerlich besteht diese Ausgangsstellung, das wissen Sie ja jetzt im Innehalten der Atmungsbeobachtung, der freundlichen Atmungsbeobachtung, mit halbem Lächeln, der vertieften Atmungsbeobachtung, durch Konzentration auf die Atmungszyklen, und schließlich die tiefe Atmungsbeobachtung, durch Anschauen des entspannenden Ausatmungsanteils. Wenn Sie das jetzt mal bitte üben wollen, während der Gong Anfang und Ende der Übung markiert. Ich melde mich dann wieder. Ich habe das jetzt mal jetzt in der Ausatmungsbeobachtung. loaner Beobachtung. Kabel Beobachtung. Während der ganzen nachfolgenden Übung geht es nicht darum, etwas zu verändern oder zu erreichen. Es geht einfach darum, zu beobachten, was ist. Es geht einfach nur anschauen, was ist, ohne es zu bewerten und dabei ganz präsent zu sein, hier und jetzt, bei Ihrem Körper, in Ihrem Körper. Und bei Ablenkungen erkennen Sie diese einfach als solche und kehren behutsam, aber unnachgiebig zur Atmung zurück, was man ja Ankerwerfen nennt, um dann an der vorherigen Stelle nicht ganz von vorn wieder weiterzumachen. Folgen Sie nun einfach meiner Stimme, lehnen Sie sich an an das, was ich Ihnen sage und lassen Sie nun alles, was außen ist, mehr und mehr gleichgültig werden, während all das, was innen ist, mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. So lässt sich beispielsweise ganz leicht in Gedanken Kontakt aufnehmen zu Ihrem Arbeitsarm, dem Arm, mit dem Sie vorzugsweise arbeiten und zu seinen Bestandteilen, Oberarm, Unterarm, Hand, der Oberarm, der an der Schulter aufgehängt ist. Vielleicht spüren Sie einmal nach, wie sich die Stelle anfühlt, an der der Oberarm mit der Schulter verbunden ist. Und wenn Sie hinabwandern über den Oberarm zum Ellenbogen, ganz behutsam, können Sie wahrnehmen, wie der Ellenbogen dem Arm eine andere Richtung gibt. Eine Richtung, die Sie zuvor vorgegeben hatten und in der der Arm jetzt verharrt. und den Unterarm in Richtung der Unterlage führt, auf der Ihre Hand nun ruht. Und wenn Sie dann einmal Ihre Wahrnehmung schärfen für diese Hand und sich in diese Hand hineinfühlen, werden Sie erst spüren können, dass die Hand einen vertieften Ruhezustand eingenommen hat, wie zwischen Wachen und Schlafen und doch immer präsent. Diese Arbeitshand ist nun ganz präsent, obgleich Sie sie nicht bewegen und doch können Sie in und mit der Hand fühlen, wie sie sich anfühlt, wenn sie ruht und einmal nichts tun muss, sich ausruhen darf. Vielleicht engen Sie Ihre Aufmerksamkeit weiter ein, sogar auf Teile Ihrer Hand. Nehmen wir beispielsweise den Zeigefinger dieser Hand, ohne dass Sie den Zeigefinger bewegen oder anschauen, nur fühlen, hineinfühlen in diesen Zeigefinger, wie auf seiner Unterlage ruht. und diese Unterlage oder einen anderen Finger berührt an der Kontaktstelle, wie warm er sich doch anfühlt, der Finger ist angenehm, warm und dass er, obgleich er doch relativ klein ist, doch ein Eigengewicht hat und verschiedene Gelenke dazu dienen, eine Richtungsänderung zu bewirken und wie angenehm sich das anfühlt, so einen engen Kontakt zum eigenen Körper zu haben. Und während der ganze Körper, der ganze Organismus immer mehr in einen ganz angenehmen Trance-Zustand übergeht, so tief, wie Sie möchten und können, wird nun alles, was außen ist, mehr und mehr gleichgültig. alle die Geräusche und sonstigen Störungen treten mehr und mehr in den Hintergrund und der ganze Körper, der gesamte Organismus geht immer mehr in einen angenehmen, vertieften, Ruhe-Zustand Ruhe-Zustand so wie zwischen Wachen und Schlafen und doch ganz anders. Und mit jeder Ausatmung fällt noch mehr Spannung von Ihnen ab und Sie gleiten Atemzug und Atemzug in diesen ganz angenehmen Ruhe-Zustand so wie Sie es sich wünschen und wollen. Ich lasse Sie nun mit diesem Gefühl ein wenig allein und melde mich dann wieder. Nun öffnen Sie die Augen weit öffnen die Augen beide Hände fest zur Faustballen und tief ein- und ausatmen. Nun haben Sie gelernt, wie Sie durch Fokussierung Ihrer Aufmerksamkeit, durch eine Einengung der Wahrnehmung Ihren allgemeinen Zustand beeinflussen können. Ganz einfach. Jetzt sind Sie im Hier und Jetzt. fest.